Wenn du sein könntest, wer immer du sein möchtest, wer möchtest du gerne sein? Es ist wie ein Transceiver, ein Radiotransmitter. Es ist wie ein Telefonz auf TV-Setz, wir können in verschiedene Channels tuneieren. All of the organs and all of the tissues... Es picken up information, es auch senden information. Our heart is the strongest bio-electrical generator in the body. The body creates electromagnetic fields, radio waves that propagate out into space. It interacts with all other things and all other things interact with us. You and I are communicating with each other through our energy fields. We influence the world through our bodies. And that's why it works. You put a lot on it. Yes, it's amazing. When you become aware of these sabotaging beliefs, you can rewrite them. There is no idea that you cannot have. All our religious traditions have been saying this for hundreds of years, thousands of years. Finde heraus, was deine innerste Überzeugung ist. Und du hast den Schlüssel für dein Leben in der Hand. Wenn wir beginnen, das Gesetz der Resonanz zu begreifen und verstehen, wie wir es nutzen können, ist in unserem Leben alles möglich. Sogar vollkommene Gesundheit. Wir sind wirklich schöpfer. Wenn du sein könntest, wer immer du sein möchtest, wer möchtest du gerne sein? Entdecke das Gesetz der Resonanz. Ein Film von Pierre Frank Erаем Erfahrung 셋 Pänke Pänke G снова Ein Film von Pierre Frank